In dem Video würde ich euch gerne was zur Darstellung von Kennlinien in Multisim zeigen, weil das ist vielleicht nicht ganz trivial, das zu finden. Und zwar möchte ich mir mal angucken, wie sich die maximale Ausgangsspannung dieses OPs ändert, wenn ich an der Versorgungsspannung drehe. Was habe ich bisher gemacht? Ich habe bisher den LM741 eingefügt, das ist einer von denen, die wir haben. Man sieht, hier hinten steht noch ein CN und wenn ihr nach LM741 in der Bibliothek sucht, das werdet ihr sicherlich schon festgestellt haben, dann findet ihr da ganz viele verschiedene. Das hängt im Wesentlichen, nicht ausschließlich, aber im Wesentlichen davon ab, in welcher Bauform ihr das Ding kauft. Weil es gibt die Dinge als SMDs, es gibt die Dinge als Dill-Gehäuse und so weiter, die unterscheiden sich untereinander allerherzlich wenig. Dementsprechend ist das hier fast egal, welchen ihr nehmt. Nur das sind diese Buchstaben dahinter. Das findet man auch im Datenblatt, also auch im Datenblatt findet ihr so Kürzel dahinter und die haben immer mit der Bauform letztlich zu tun. So, den habe ich jetzt auf jeden Fall eingefügt und jetzt möchte ich ihn verkabeln. Und zwar möchte ich zwei Dinge tun. Ich möchte ihn einmal mit einer Versorgungsspannung versehen. Die ist jetzt hier gerade auf 8 Volt, mal willkürlich. Und ich möchte diese Spannungsquelle mit dem positiven Eingang, also mit dem nicht invertierenden Eingang verbinden. Und den invertierenden Eingang möchte ich gerne auf Masse legen. Soweit so gut, mache ich das doch mal. Also invertierenden Eingang auf Masse, nicht invertierenden Eingang auf die Quelle, Quelle auf Masse. Also, und jetzt geht es schon ein bisschen weiter oder jetzt fängt schon das Problem an. Und zwar, jetzt würde ich gerne die Versorgungsspannung mit dem OP verbinden und stelle fest, hier gibt es Pins. Und ich weiß nicht, welcher es ist. Wenn ihr mal ins Datenblatt reinguckt, dann werdet ihr zwar feststellen, es gibt zwei sogenannte Offset Pins, auf die möchte ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Was ihr hier aber nicht sehen könnt, ist, welcher von den dreien oben, es wird höchstwahrscheinlich einer der drei oben sein, welcher von diesen Pins ist denn nun der, der mit der Versorgungsspannung verbunden werden muss. Sowas ist nicht esoterik und sowas ist nicht hell sehen, sondern das kann man sich angucken. Also ihr macht mal einen Doppelklick hier drauf und wenn ihr jetzt unter Footprint, Footprint ist immer die Bauform des Gehäuses und alles, was mit Gehäuse zu tun hat, also quasi welcher Hardwareanschluss am Gehäuse hat, welche Funktion, alles, was damit zu tun hat, findet ihr unter den Footprints und da findet ihr dann die PIN-Zuordnung. Das heißt, die 3 ist jetzt, sage ich mal, der nicht-invertierende Eingang, 2 ist der invertierende Eingang und so weiter und so fort und ihr findet Vs- und Vs+. Vs- ist Voltage-Source-Positiv, im Deutschen positive Betriebsspannung. Vs- ist Voltage-Source-Negative, ist also die negative Betriebsspannung. Und wir sehen, das ist hier 4 und 7. Und wir sehen auch, es gibt noch diese Offset-Pins, das sind 5 und 1. Die brauchen wir nicht zu belegen, wenn man ins Datenblatt guckt, stellt ihr fest, die kann man einfach offen lassen, wenn man keinen Offset-Abgleich machen möchte und das wollen wir jetzt an der Stelle mal nicht. Das geht zu sehr ins Detail. Das heißt, wir müssen hier die 4 und die 7 belegen. Gut, machen wir mal. Also 7 war wahrscheinlich schon intuitiv, dass es wohl der hier ist und keiner von denen. Aber sowas guckt man besser nach, sonst kommen komische Ergebnisse raus und man weiß nicht warum. So, und die 4, die soll jetzt mit auf Masse. Das heißt, wir versorgen den jetzt mit 8 Volt unten auf Masse und wir haben am nicht-invertierenden Eingang jetzt mal ein halbes Volt Spannungsquelle liegen. Und wollen jetzt mal wissen, was da rauskommt. Jetzt wissen wir hoffentlich aus idealen Zeiten, wo wir mit idealen Operationsverstärkern gerechnet haben, was da rauskommt. Und zwar, unter idealen Bedingungen würde der jetzt 8 Volt ausspucken. Jetzt würde ich gerne messen. Ich bin im Gegensatz zu anderen Leuten überhaupt kein Fan dieser Messgeräte hier. Zumindest nicht, wenn es um simple Sachen wie Multimeter geht. Dafür benutze ich Tastköpfe. Tastköpfe findet ihr hier, ups, in der Version unten rechts. Und die setzen wir hier einfach drauf. Also hier einmal draufklicken, dann hier reinziehen. Nicht ziehen, sondern einmal klicken, klicken. Und jetzt habt ihr hier einen Tastkopf. Das Schöne finde ich an dem Tastkopf, dass er einfach direkt alles anzeigt, was man so anzeigen kann. Und wenn ihr jetzt hier einfach mal auf Play drückt, dann macht er wirklich eine Zeitbereich-Simulation. Das heißt, der tut jetzt so, als hätte ich, wenn ich hier auf Play gedrückt habe, gerade alles eingeschaltet. Und dann zeigt er euch an, was da hinten rauskommt. Und was wir jetzt erwarten würden, ist doch hoffentlich, wir legen 0,5 Volt an, an den nicht in den Eingang. Damit haben wir eine Differenzspannung von 0,5 Volt. Die wird mit dem Faktor in Anführungszeichen unendlich oder sowas hoch verstärkt. Damit liegen wir definitiv über der positiven Betriebsspannung. Also wird er am Ausgang wohl die positive Betriebsspannung annehmen. Was wir hier sehen ist, das tut er nicht. Er liegt hier bei 7 Volt. Das heißt, er verliert ein knappes Volt nach oben hin. Und das ist kein Fehler von Multisim, sondern das ist tatsächlich so. Das ist ein Operationsvorstärker, der verliert oben 1 Volt zur Betriebsspannung ungefähr. Es ist die Frage, ändert sich dieser 1 Volt Abstand zu den 8 Volt, wenn ich jetzt mal in dieser Betriebsspannung hier was ändere? Also was passiert jetzt, wenn ich hier beispielsweise mal 10 Volt nehme? Und wenn ich das tue, nochmal auf Play drücke, dann merke ich, jetzt bin ich bei 9 Volt. Das heißt, es sind wirklich knappe 1 Volt, die ich oben verliere. Also in sehr, sehr guter Näherung sind es 1 Volt. Das Spielchen kann ich jetzt auch weiter treiben. Also ich weiß nicht, ich nehme jetzt hier mal 12 Volt. Und merke, ich bin dann ungefähr bei 11. Und das Spiel kann man weiter treiben und so fort. Also kurzum, wir verlieren nach oben hin 1 Volt ungefähr. Also wenn wir ihn jetzt in unserem Falle mit 9 Volt betreiben, haben wir vielleicht keine 9 Volt als maximale Ausgangsspannung am Ausgang. Jetzt kann man sich überlegen, wie sieht denn das aus mit der Masse unten? Kommt er denn wenigstens auf 0 Volt runter? Und das teste ich jetzt einfach mal, indem ich hier keine 0,5 Volt anlege, sondern einfach mal minus 0,5 Volt. Das heißt, Differenzspannung ist jetzt negativ. Negative Differenzspannung heißt, er geht so weit runter, wie er kann, also bis 0 Volt runter. Macht er oder macht er nicht? Wenn wir jetzt mal auf Play drücken, stellen wir fest, macht er nicht. Das heißt, anstatt hier am Ausgang wirklich auf 0 Volt runter zu gehen, geht er hier auf ein knappes Volt runter. Also auch hier haben wir 1 Volt mehr als Masse. Und das sollten wir uns jetzt an dieser Stelle dringend merken, auch gerade für das Verstärkungsdesign. Denn die maximale Spannung, also UAmax am Verstärker ist nicht 9 Volt, sondern 8 Volt und UAmin ist auch nicht 0 Volt, sondern ungefähr 1 Volt. Das heißt, am Ausgang des Verstärkers können wir eigentlich nur einen Bereich von 1 Volt bis 8 Volt abbilden. Das ist insofern wichtig, als dass wir das natürlich für das Design berücksichtigen müssen. Sonst geht es schief. Für zukünftige Fälle will ich euch jetzt noch einmal darstellen, wie man das jetzt als Kennlinie darstellen kann. Denn wir wollen uns jetzt vielleicht so etwas angucken, wie maximale Ausgangsspannung in Abhängigkeit der Betriebsspannung. Also das heißt, wir variieren jetzt die Betriebsspannung und gucken uns an, was für eine maximale Ausgangsspannung habe ich. Dazu lege ich den jetzt wieder auf 0,5 Volt. Das heißt, ich steuere den Verstärker auf jeden Fall positiv aus. Und am Ausgang kommt jetzt die maximale Spannung raus, die geht. Und daran drehe ich jetzt. Wie macht man das? Das geht nicht über den Playbutton, weil wenn ich jetzt den Playbutton drücke, kann ich hier nichts verändern. Dann meckert er gleich rum. Ups, abgesehen davon, dass ich da definitiv keine Buchstaben eintippen kann. Das geht nicht. Und schon mal gar nicht kriege ich da eine Kennlinie, sondern ich muss folgendes tun. Ich muss hier unter Simulation oder unter Simulieren eine gewisse Analyseform wählen. Und hier seht ihr ganz, ganz viele. Was wir auf jeden Fall später auch brauchen, ist hier Temperaturwobbeln. Jetzt für den Moment DC. Das heißt, wir wollen jetzt eine Gleichspannungsquelle wobbeln. Wobbeln ist ein seltsames Wort, heißt so viel wie verändern. Das heißt, wir wollen jetzt an einer Gleichspannungsquelle drehen. Wenn wir das uns einfach mal anklicken, können wir auch sagen, welche Quellen wir nehmen wollen. Und es gehen hier sogar zwei. Also es ist hier möglich, an zwei Quellen gleichzeitig zu drehen. Wir sehen auch gleich, was passiert. Und jetzt nehme ich doch einfach mal zwei. Ich nehme jetzt einfach mal die V1. Das ist die hier. An der drehe ich. Da will ich vielleicht bei 2 Volt starten und will vielleicht bis 12 Volt hoch. Und das möchte ich in 2 Volt Schritten machen, weil ich sage, das reicht mir. Ich kann hier auch 1 Volt Schritte nehmen. Das ist eigentlich erstmal egal. Und ich möchte zusätzlich noch an Quelle 2 drehen. Warum auch immer. Und zwar möchte ich hier mal bei 0,01 Volt anfangen. Und ich möchte vielleicht bis 1,1 Volt hochgehen und das in 0,5 Volt Schritten. Das heißt, ich verändere auch diese Quelle. Und jetzt fragt man sich vielleicht, wie stellt man das in einem Diagramm da. Das seht ihr jetzt. Und zwar passiert jetzt folgendes. Ihr seht, hier wird offensichtlich an der Spannung gedreht. Das geht von 2 bis 12 Volt. Das ist jetzt unsere erste Betriebsspannungsquelle. Diese hier. Die wird jetzt variiert von 12 bis 2 Volt. Und zusätzlich sehen wir hier, wenn man ganz genau hinguckt, was nur mit Zoomen möglich ist, dass wir hier mehrere Linien haben. Das heißt, wir haben hier jeweils eine Linie für unterschiedliche Spannungswerte der zweiten Quelle. Also, wenn wir bei der zweiten Quelle, die den nicht invertierenden Eingang ansteuert, 0,01 Volt nehmen, kommt diese Linie raus. Wenn wir da 0,51 Volt nehmen, kommt diese Linie raus. Und wenn wir da 1,1 Volt nehmen, kommt fast die gleiche nochmal raus. Was wir hier an der Stelle sehen, ist das Aussteuerungsverhalten des OPs am Eingang. Das heißt, sehr, sehr kleine Spannung. Also 0,01 Volt ist ja nur wirklich wenig. Am Eingang führt zu einem ganz leicht anderen Ergebnis als ein ganzes Volt. Man könnte auch umgekehrt sagen, es hängt nicht wirklich davon ab, was ich da als Differenzspannung anlege. Da kommt halt immer fast Betriebsspannung raus. Das können wir uns jetzt auch genauer angucken mit Cursor. Und zwar wählen wir hier mal den Cursor aus, hier oben. Und legen den mal irgendwo rein. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal zu einem schönen runden Wert gehen, das heißt, auf der X-Achse gehen wir mal zu 6 Volt. Das finden wir, Moment, zeige ich gleich. Ja, ich lege ihn mal so, hier. Also, wir gehen auf der X-Achse auf 6 Volt und gucken uns mal an, was ist jetzt die Ausgangsspannung, die dazu gehört. Stellen wir fest, es sind ungefähr 5 Volt. Und zwar ziemlich unabhängig, auf welcher Linie wir sind. Das sind jetzt wieder die drei Linien, die wir dargestellt haben. Und ziemlich unabhängig, auf welcher wir sind, kommt da ziemlich genau 5 Volt raus. Das gleiche können wir jetzt auch verschieben. Bei 3 Volt liegen. Stellen wir fest, es kommen ungefähr 2 Volt am Ausgang raus. Und so können wir, wenn wir ein bisschen rauszoomen, auch feststellen, die Ausgangsspannung, also die Y-Achse, ist immer ungefähr 1 Volt weiter unten als die Eingangsspannung. Das ist etwas, was wir halt im Hinterkopf haben müssen. Und so erstellt man so eine Kennlinie. Ob die jetzt schön ist oder nicht, sagen wir mal dahingestellt. Man kann hier jetzt auch Dinge machen, wie ein Raster reinsetzen, dann sieht es ein bisschen besser aus. Wir können auch Legenden anzeigen, das ist das hier unten. Wir können jetzt auch Farben verändern und so. Also hier kann man jetzt noch ein bisschen spielen. Man kann das übrigens witzigerweise auch nach Excel exportieren, was vielleicht auch eine schöne Option ist, um das zu vergleichen mit irgendwelchen Werten, die wir in Kalk gemacht haben. Ist gar nicht so schlecht. Naja, so können wir auf jeden Fall eine Kennlinie darstellen. Als kleines Add-on würde ich jetzt noch mal ganz kurz simulieren, was passiert, wenn ich als Eingangsspannung am nicht inventierenden Eingang eine negative Spannung zulasse. Also kurz gesagt, was passiert eigentlich, wenn die Differenzspannung negativ wird? Dazu machen wir mal folgendes. Wir bauen wieder eine DC-Wobble-Analyse und sagen ihm jetzt, er soll bitte bei minus 0,5 starten, soll bei 0,5 aufhören und in einer Schritte laufen. Das heißt, er berechnet jetzt nur diese beiden Werte eigentlich für V2 und V1 läuft jetzt wieder durch und wenn ich das tue, dann sehe ich folgendes. Für negative Differenzspannungen kriegen wir einen konstanten Wert raus. Dieser konstante Wert ist aber nicht bei 0. Jetzt würde man ja eigentlich erwarten, er liegt hier unten auf Masse und damit ist das negativste, was er kann, eben 0 Volt und naja, dann macht er auch 0 Volt. Ne, macht er nicht. Das heißt, auch hier sehen wir wieder, dass die negativstmögliche Spannung, und zwar reden wir jetzt gerade von der roten Linie, die negativstmögliche Spannung sind ungefähr 970 Millivolt oder ein knappes Volt. Und zwar auch völlig egal, wie die Betriebsspannung gewählt ist, er hängt sich immer bei ungefähr 970 Millivolt unten auf, hängt auch tatsächlich nicht davon ab, wie negativ die Differenzspannung ist. Sobald sie negativ wird, spuckt er hinten ein knappes Volt aus. Auch das würdest du dann beim Design berücksichtigen. Ich glaube, das war es jetzt erstmal zu der Grundschaltung. Ja, alles weiteres euch überlassen.